guten morgen ihr lieben herzlich willkommen zu tag 13 in meinem kleinen 24-tags vlogmas wir sind heute unterwegs beziehungsweise noch nicht weil wie ihr seht ist noch der gewohnte background aber wir sind jetzt gleich unterwegs auf nach palo alto zum stanford shopping center weil wir wollen in den american girl store das ist ein puppenladen ja ihr werdet dann sehen ich werde dazu irgendwann später noch was erklären und wir werden uns jetzt aufmachen es ist eine relativ lange fahrt 2-2,5 stunden kommt drauf an und ich schaue mal was ich unterwegs vloggen kann weil an sich fahre ich also sehen wir mal wie viele bilder ich aufnehmen kann und ja ich denke spätestens dort sehen wir uns dann wieder so wie lange sind wir jetzt gefahren? 1,5 minuten kommt mir gerade vor wie 5 stunden wir stehen jetzt wo? keine ahnung an der ampel wie lange müssen wir noch fahren? 30 minuten auch immer noch 30 minuten ja wir machen uns wir kommen näher ist nicht gerade sehr schön hier aber es macht ja nix wir kommen in die nähe von einem einkaufszentrum so basically also was er eigentlich erzählen möchte ist dass wir gerade angekommen sind und haben natürlich es ist vor weihnachten ist es die hölle los zumindest mal auf dem parkplatz und deswegen ja haben wir wir waren nur schneller am parkplatz und wurden etwas freundlich dabei angelabert gell macht aber nix also wir sind jetzt hier am stanford shopping center und man sieht nichts wie viel urbs und ja schauen wir mal was es so was es gibt und ich warte jetzt noch auf meine jacke weil ich habe mich nämlich belabern lassen dass man keine jacke braucht und natürlich braucht man eine jacke ja da durfte der verehrte göttergatte zurück rein und hier kommen aber wurscht also schauen wir mal was es hier so gibt ne you're not in it you're not in it? no you're not thank you thank you thank you okay 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 so american girls store place pink dingsbums im center und ja wir werden uns mal umgucken mal schauen oop sorry mal schauen was es hier so gibt und wie enttäuscht nachher das kind ist wenn sie nix kriegt kriegt ähm ja ich werde mit ich habe mir Wir sind aus dem einen Store raus. Im zweiten Sprinkles Cupcakes gewesen und ich habe ein paar kurz gefilmt für euch, euch ein bisschen Appetit gemacht und jetzt müssen wir was richtiges zu essen suchen, weil nämlich Hunger und die Kleine hat eine Katze gekriegt, ja eine Katze. Wir sind im Puppentram aus dem Weg gegangen und ja zumindest gab es eine Katze, doch auch schon mal was. Ja, jetzt gucken wir hier so ein bisschen rum, mal sehen was es noch gibt. Hier gibt es gerade Obst und Zeugs und keine Ahnung was. Aber ja, wir haben jetzt richtig, richtig... Wir sind zurück im Auto und haben uns was zu essen geholt, was übrigens, äh, was war das? Französisch? Ja, Französisch! Ja, Französisch! Schweineteuer, äh, Pupsklein und ob es schmeckt weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier... Ach Kacke! Da, sieht man nix, wie man sieht sieht man nix. Meine Kamera ist nämlich vorhin kaputt gegangen, die neue. Ich habe eine Bacon Quiche, dann haben wir ein Sandwich, Salami? Salami Baguette. Salami Baguette und, äh, und ein großes Baguette. Für den Fall, dass wir Hunger haben. Und als wir fertig waren, haben wir McDonalds um die Ecke gesehen. Naja, so läuft es halt manchmal. Ja, damit sind wir jetzt durch mit unserer Einkaufstour und haben dann eigentlich nur noch einen Rückweg. Und ja, schauen wir mal, ob ich da dann nochmal irgendwas sehe, was filmenswert ist oder nicht. Und dann, ja, sehen wir uns daheim. Also bei mir daheim. Ihr nicht, ich daheim. Ist egal. Nur ganz schnell, das sind unsere Cupcakes von Sprinkles, die wir bekommen haben oder gekauft haben vielmehr. Und die werden wir uns dann gleich schmecken lassen. Das ist Vanilla mit Sprinkles. Das ist Vanilla Milk Chocolate. Also da ist der Teig weiß und hier oben ist Milk Chocolate Frosting mit Frauenprinkles. Das ist, ähm, Peppermint. Seasonal natürlich. Und Gingerbread mit den Gingerbread Man. Das war der Hund übrigens. Und ja, die werden wir uns dann schmecken lassen. Wie ihr seht, wieder daheim. Ich habe euch die Cupcakes schon gezeigt und habe euch vielleicht ein bisschen Appetit gemacht. Ich kann es jetzt nicht erinnern. Es tut mir leid. Oder auch nicht. Und ja, wir haben reichlich Stunden gebraucht. Auch Rückzug wieder. Es ist dann doch ziemlich weit weg. Stanford, Palo Alto, Kalifornien ist groß. Und ja, wir werden uns jetzt dann endlich umziehen und relaxen. Ich werde das Video natürlich noch bearbeiten müssen und hochladen. Und dann etwas essen. Natürlich schon wieder essen. Und unseren Cupcake essen. Yummy. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Gebt dem Video einen Thumbs up, wenn ihr es mögt. Ich hoffe, ihr mögt es. Und subscribe, wenn ihr es noch nicht habt. Ist umsonst. Kostet nichts. Und unten die Infobox aufmachen. Wie immer. Wer bei mir länger schon guckt, der weiß Bescheid. Da stehen alle möglichen Informationen drin. Und Links zu anderen Videos der letzten Tage. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Macht gut. Bye.